das ist erfolg erste seite frank und florian wir werden uns an den hunger gewöhnen müssen und wenn wir auf dem fußboden schlafen können wir nicht aus allen himmeln fallen diese worte hatte frank seinem treuen gefährten florian einem braunen erdell terrier mit spaßiger geste vordeklamiert um ihn etwas aufzuheitern beide saßen mit knurrendem magen an einem leeren tisch sie hatten sich in einem bretter verschlag eingenistet der sich in einem verlassenen schrebergärtchen befand und vielleicht anderthalb stunden wegs von chicago entfernt lag franks abenteurer lust war an allem schuld er hatte in hamburg immer am hafen herum gebummelt und den auslaufenden schiffen sehnsüchtig nachgeschaut alle ohrfeigen halfen nichts eines tages hatte er sein reisefieber nicht mehr bezwingen können versteckte sich im laderaum eines ozeanriesen florian sprang ihm im letzten augenblick nach und war so über den großen teich nach new york gekommen von new york aus waren die beiden ausreißer unbemerkt auf der pazifik bahn durch die vereinigten staaten nach chicago gefahren hier saßen sie nun von aller welt verlassen und hatten nichts zu essen alles war leer eine maus hätte im brotkasten verhungern müssen frank und florian wühlte es in den eingeweiden und vor ihren augen fing alles an zu tanzen kochtopf bratpfanne mehlkruge zuckertüte milch kanne brot korpteller löffel und trinkbecher sprangen um sie herum und führten einen wahren indianertanz auf das hielten die beiden nicht mehr aus sie stürzten zur tür hinaus und machten sich ohne ziel auf den weg man muss sich schon den launen des zufalls überlassen ja wenn man solchen hunger hat wie frank und florian schmiedet man keine pläne man hofft auf wunder und geheimnisse und siehe da da war schon das erste wunder unter einem baume lag eine große goldbraun und knusprig gebratene ganz messer und gabel steckten ihr in den runden keulen nur ran doch als sie herangekommen waren war es nur ein armseliger sperrling der tod auf dem rücken lag er wird hungers gestorben sein meinte frank mitleidig und florian wackelte zustimmend mit den ohren aber schon entdeckten sie etwas neues ein paket beide fuhren darauf los aber es war nur ein bündel alter tageszeitungen frank hob es enttäuscht auf und las was ihm gerade ins auge fiel dinner for you ein schönes bild war dabei austern hummern kaviar und viele andere leckerbissen mehr